Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daddy Shop und im heutigen Shop haben wir die neuen Robo-Skins drin, also zwei neue Skins sind da, dazu noch eine neue Hacke, die ein ziemlich cooles neues Secret hat, das werde ich euch gleich zeigen und dann haben wir noch einen richtig geilen neuen Emote drin, den gut geölt, hier auf der rechten Seite, ein unglaublich krasser neuer Emote, gefällt mir richtig, richtig gut und für nur 5 von euch übrigens absolut heftiger Emote, werde ich euch gleich zeigen, fangen wir aber wie immer schnell auf der linken Seite an, dort haben wir wie gesagt heute die Robo-Skins drin, das ist erstmal hier der, wie heißt der, Revolte, genau das sind so Rebellen, sollen es darstellen mit diesem Backpack, den Backpack finde ich ziemlich nice beim männlichen, also ich glaube den männlichen Skin werde ich mir jetzt auch hier direkt holen, wahrscheinlich auch nur wegen dem Backpack, weil den finde ich echt nice mit diesem Skateboard drauf, also den werde ich mir hier mal holen, dann haben wir noch den weiblichen dazu, Rebellion heißt der, weiß ich nicht, also mir gefällt der jetzt nicht so, auch den Backpack finde ich persönlich jetzt nicht ganz so nice, den werde ich mir glaube ich jetzt eher nicht holen, obwohl ich die Mütze noch ganz cool finde, aber sonst finde ich den Skin jetzt eher nicht so heftig, dann haben wir noch die neue Hacke drin, nämlich den Hackweiser, das ist quasi ein Wegweiser, ein Schild mit so zwei Richtungsangaben drauf und zwar ist das einmal Tilted und einmal Pleasant und hier unten steht, wenn ihr das erkennen könnt, ich werde mich hier mal ranzoomen, steht hier im Hintergrund nämlich Tilted RD, ich glaube das geht für Rodeo Drive, ähm genau, das ist quasi die, die Tilted Straße und da drüber ist dann Delete, also Löschen geschrieben, also steht hier quasi, äh, Löscht, Tilted, ja, wenn man so will, Delete, Tilted, also mal schauen, vielleicht ist das irgendwie eine Anspielung auf die neue Season, ob da jetzt wirklich mal was passiert mit Tilted, ob irgendwas mit dem Krater, Vulkan, Erdbeben, Überschwemmung, was weiß ich, ähm, dass da irgendwas passieren wird, oder ob das vielleicht einfach nur so ein kleiner Scherz ist, äh, weil ja so häufig da schon Verschwörungstheorien kamen, dass Tilted zerstört wird, vielleicht ist das auch nur eine Anspielung darauf, auf jeden Fall finde ich die Idee ziemlich nice, dass sie hier so ein kleines Easter Egg noch mit einbauen und hier Löscht, Tilted, quasi draufschreiben, Delete, Tilted, ähm, ja, ansonsten die Hacke selbst finde ich jetzt nicht ganz so krass, ähm, ist halt, ja, so ein Wegweiser, ich spüre euch hier auch mal den Sound ab, der ist noch ganz nice, dafür, dass er halt, äh, dass die Hacke nur 500 kostet, ist die noch okay, dann haben wir auf der rechten Seite weiterhin die Battle-Stufen drin, ach ja, by the way, wie immer könnt ihr mir gerne jetzt schon einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Ganze hier gefällt, und, ähm, ja, wie gesagt, jetzt haben wir erstmal die Battle-Stufen drin, das sind immer noch 10 Stufen für 500 V-Works, werden jetzt, denke ich mal, auch die letzten Tage bis zum Ende des Season noch drinbleiben, dann haben wir noch die Spielspezialistin drin für 1200 V-Works, gefällt mir die Mütze immer noch ziemlich, ziemlich gut, die finde ich sehr nice, ansonsten, ja, der Skin ist auch in Ordnung, und da kommen wir schon zum, für mich, dem Highlight des heutigen Tages, nämlich dem absolut geizten und was ich auch heute am meisten empfehlen würde, nämlich dem gut geöhrte Emote für 500 V-Works. Ja, das ist der neue Tanz und ich feiere ihn richtig, dafür, dass er nur 500 V-Works kostet, ist das echt eine geile Musik, sind das geile Bewegungen und vor allen Dingen viele Bewegungen, meistens ist es ja so, dass, äh, die 500 V-Works immer noch sehr wenig verschiedene Bewegungen haben, und der Tanz hätte auch locker 800 V-Works kosten können, also ein richtig nice to dance, mir persönlich zumindest gefällt er richtig gut, könnt mir gerne mal auch eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, und ich werde ihn mir auf jeden Fall jetzt auch direkt hier holen, denn, wie gesagt, mir gefällt er absolut gut, kann ich also sehr empfehlen, sich den auch zu holen, falls ihr noch ein paar V-Works übrig habt, oder zum Beispiel, falls ihr meinen Jackpot heute gewinnt, denn heute Abend endet ja die große Verlosung vom Jackpot, ich verlose aktuell 40.000 V-Works, also dreimal dieses 100 Euro Paket hier, das sind insgesamt über 40.000 V-Works, die da eine Person gewinnen kann, also wenn ihr diese Person sein wollt, die das gewinnt, dann müsst ihr einfach nur Snox hier als Creator eintragen, denn das ist quasi sozusagen die einzige Teilnahmebewegung, einfach nur Snox hier als Creator im Shop eingetragen haben, und wenn ihr das gemacht habt, ein Hashtag Snoxie unten hier in die Kommentare reinschreiben, und dann könnt ihr das gewinnen, denn ich verlose es wirklich nur an die Leute, die hier Snoxie eintragen, weil ich will euch ja was zurückgeben, also ja, tragt unbedingt dort Snoxie ein, wenn ihr heute den Jackpot gewinnen wollt, ich werde es dann morgen früh auflosen, äh, auflosen, auflösen, äh, zum neuen Shop, wer dann gewonnen hat, und ich drücke euch natürlich die Daumen, und auf jeden Fall ehre an alle da, die Snoxie dort eintragen, dann machen wir noch weiter mit dem Scherpenfettwebel, und zwar kostet der 1200 V-Works und hat diesen Cowboy-Hut, ich finde den Hut ziemlich nice, der Skin selbst ist ja eher so ein Pfadfinder, aber trotzdem eigentlich ein ganz, ganz heißer Skin, der sticht einfach mal so ein bisschen aus der Masse raus, und das, äh, finde ich ziemlich nice, deswegen, den kann ich durchaus empfehlen, dann haben wir noch Endlos-Wippen drin für 500 V-Works, und das meinte ich halt mit, äh, 500 V-Works-Emotes, die ist meistens so, dass es immer nur eine Bewegung ist, und eine simple Melodie, also, ja, meistens sind die 500 V-Works-Emotes nicht besonders aufwendig, deswegen finde ich den neuen gut geölt hier richtig nice, kann ich deswegen auf jeden Fall empfehlen, Endlos-Wippen ist okay, würde ich sagen, aber das ist so ein typischer 500 V-Works-Emotes, ja, der, der in Ordnung ist, ne? Im letzten Slot haben wir dann auf jeden Fall noch den taktischen Spaten drin für 500 V-Works, leider klappt sich das hier oben nicht so ein, obwohl es ja ein bisschen ausschaut, als könnte sich da irgendwas einklappen, leider ist das nicht so, aber den Sound spiele ich euch natürlich trotzdem nochmal ab. Ja, würde ich jetzt nicht groß empfehlen, aber ist jetzt auch nichts, nichts Schlechtes hier, der, der Spaten, und, ja, das war's dann schon zum heutigen Fondashop, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, mal schauen, ob wir heute wieder die 3000 Nikes knacken, und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da, und, äh, ja, wie gesagt, nehmt auch unbedingt am Gewinnspiel teil, ich verlose heute 40.000 V-Bucks, bis heute Abend geht das noch, also, wenn ihr da noch mitmachen wollt, einfach nur Snoxy hier als Creator im Shop eintragen, den Code Snoxy benutzen, wie mein Kanal heißt, und ein kleines Ehrensende dran, einfach dort eintragen, und auf Annehmen klicken, und da könnt ihr schon die 40.000 V-Bucks gewinnen, äh, ja, ich wünsche euch natürlich ganz viel Glück, und sagt dann, vielen Dank fürs Zuschauen, wir hören uns dann spätestens morgen wieder zum nächsten Daily Shop, vielleicht kommt heute Nachmittag noch ein neues Video online, schauen wir mal, wie ich das zeitlich schaffe, und, äh, ja, sonst sag ich mal bis morgen schon, tschö, mit Ö und haut rein, bis dann, tschüss! Bis dann, 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 bis dann Vielen Dank.